Donut. Mit Deluxe aus Webmaster aus Ecuador bringt Donut hier etwas andere Gene mit in die Fleckvieh-Population ein. Sein Zuchtwertprofil liest sich mit starker Milchvererbung, sehr gutem Fleischwert und sehr guter Fitness. Im Fitnessbereich besonders herausstechend ist hier die Ausbalanciertheit, in hoher Merkbarkeit mit sehr guter Eutergesundheit, sehr gute Nutzungsdauer und fruchtbare Töchter. Im Extreur bringt er viel Rahmen mit guter Bemuskelung, einem guten Fundament und sehr gutem Euter. Im Euter herausragend vor allem der Eutersitz und die Strichausbildung.